Dieser Mann bleibt unvergessen. Guten Tag. Heimatkanal ehrt den Publikumsliebling und zeigt drei seiner schönsten Heimatfilme. Das ist sehr lieb von ihm, ich danke mir schön. Räubleck ist unser Filmstar des Monats. Wahrscheinlich Liebe auf den ersten Blick. Gegen so viel Liebe ist kein Heidegard gewachsen. Sie wissen es, ich weiß es, wir wissen es. Also wann sehen wir uns? Jeden Mittwoch um 20.15 Uhr. Nur auf Heimatkanal. Fernsehen mit Herz. Fernsehen mit Herz.